Ihr könnt hier zwei Arten bei der Geschichte spielen. Mit Fingern, wenn ihr so spielt. Oder ihr spielt immer 1, 2, 3, 1, 2, 3, relativ schnell, wie ein 3, 4, nur eben schneller. Würde ich dann mit Pectum spielen. Und in dem Stil dann immer, also bei einem Akkord, der da steht, immer 2 mal bis 3 sozusagen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Musik Musik Your faith was strong but you needed proof You saw your bad thing on the roof The beauty and the moonlight overcame She tied to her kitchen chair She burned you through and she cut your hair And from your lips she grew the hallelujah 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 Oh baby I've been here before In an olden room and I wandered through I used to live alone before I knew you I've seen your flag on your mama lodge And that is not a victory march It's a cold and it's a broken Hallelujah 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 Und da sind wir jetzt, letzten zwei Strophen. 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 Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia.